Schönen guten Tag meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Frau 2 Wann gehst du drauf? Ja Drei, zwei, eins, ah! Ja okay, ich bin auch drauf gegangen Ist halt ganz ganz wichtig, auf jeden Fall gleichzeitig drauf zu gehen Es ist mittlerweile zart, die Zombies brennen So können wir Stuff von denen sogar noch Wollen wir nicht ernsthaft, jetzt mal ohne Scheiß Wollen wir nicht in eine Richtung kurz laufen und jetzt gucken, ob Maudado und Zombie da sind und die töten? Aufpassen! Das war richtig nice gerade Wäre richtig hart, wenn Zombies dich töten könnten, während du hier AFK und so rumstehst, ne? Alter, kann ich eigentlich mal loslegen? Wollen wir nicht ernsthaft in die Richtung? Du hast nix an Stuff, du hast keine Rüstung an, ne? Naja, mit dem Eisenschwert Nein, nein, nicht zu gierig, nicht zu gierig, mein Junge Bitte Nicht zu gierig Dann lass ein paar Bäume fällen gehen Ja, noch ein paar Bäume fällen Ich geh da hinten, da ist ein Sepp links Ist sogar noch ein Hühnchen Wir haben schon genügend Leder auf jeden, also relativ Fünf Töte war das Hühnchen Da hinten sind noch mehr Bäume seh ich grad, da vorne ist ein ganzer Wald Ja gut, aber lass uns mal lieber, warum brauchst du den Baum nicht ab hier Weit, weit, weit Warte, warte, nicht laufen! Alter, bleib erst mal in der Nähe, bitte Tu mir einen Gefallen, hör auf zu liegen Ah, ah, ah Du bist denn jetzt schon wieder hin? Du würdest jetzt nicht sehen, wenn ich angerufen werde Ich seh dich, hab dich im Blick Wo denn? Ach, da oben Ja, ich hab halt noch Eisen, okay, ich hab kein Eisen mehr Ja, die könnten da zwar irgendwo sein, aber das bringt uns halt Aber ich will hier die Bäume holen Aua Ich seh dich grad nicht, ganz kurz Ah, das ist nur ein Schaf, ich komm, okay Ja, ich glaub, das liegt in diesem Überblick Oh, hier wurde, glaub ich, der Baum abgefällt, zur Hälfte nur Ja Dann könnten die irgendwo sein, aber das bringt dir nix, ohne Rüstung drauf zu gehen Ja, die haben selber keine Rüstung Wir haben eine Folge mehr Vorteil als die Was haben die Holzschwerter? Was haben wir? Eisenschwerter Wenn wir die sehen würden, wären sie halt tot Das ist halt meine Intuition Alter Ficker Ernsthaft, Alter Nee, ich bin da echt knallert gegen Gucken wir uns einfach mal nochmal hier ein bisschen um Ich bin da echt knallert gegen Wir machen das richtig entspannt Gucken uns die Umgebung an Vielleicht wird ja noch ein paar Tierchen, die wir schlachten können Wieder in die Arme, cool Die da so einsam auf der großen Weide stehen Wir müssen aber unsere Höhle wieder finden, ne? Da ist doch Eisentür und so und Gold Ich bin sehr, sehr, sehr gut darin Wieder zurückzufinden nach Hause Ich rede mit dir in einer ruhigen Stimme, um dich einfach zu beruhigen, weißt du? Ja, ist schon klar, aber du hast keine Rüstung, Alter Ist auch kein Ponyhof Da musst du immer dran Ich habe die ja schon, die ja, Schwerter Ja Weißt du's? Das sind noch ein Schweinchen Ist das nicht toll? Ich werde mal meinen Hanisch ausziehen, einfach so, um zu zeigen, ich habe nichts an Damit ich den quasi F und Rechtsblick machen kann Um halt dann, wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt jemand wirklich denken soll, wir reifen die jetzt an Ja, ich würde sagen, wir kehren dann jetzt gleich um Wir nehmen nochmal die Schweine, hier sind ganz viele Schweine Alles an Tiere mitnehmen, je mehr wir haben, desto weniger haben die Ich kenne den Spruch aus Legend Also noch Kühe hinten, pass auf, da ist ein riesengusses Loch Bitte alle, nimm alle mit Je mehr essen, desto wirst du besser Noch haben wir den Vorteil, dass wir uns hier aufhalten können Hier sind ganz, ganz viele Kühe Nur ein Gefallen und komm nicht vom rechten Weg ab Ich seh dich nämlich gerade nicht mehr Was? Ich bin immer auf deinem rechten Weg Das klingt irgendwie, als wenn ich ein Nazi bin Ähm Naja, ich seh dich noch Zuckerrohr, wir müssen Zuckerrohr finden Überall Schweinchen, gute Sache Zuckerrohr wäre noch eine Sache, die wäre richtig geil Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen Schweinchen, Schweinchen Seh dich gerade nicht mehr, meine Stimme, was ist mit der los? Was ist da los mit meiner Stimme? Noch mehr Schweinchen Ich habe neun Leder, neun Leder habe ich gerade schon Noch mehr Kühe Schweinchen und Kühe Da ist noch ein Schweinchen Tot Böses Schweinchen Wieso ein Behinderter? Wo bist du, Junge? Ich bin hier noch, wo wir immer noch waren Wo das große Loch war, da bin ich immer noch Ja, ich hab hier noch ein paar Kühe Ich hab da hinten auch noch Ja, ich seh da hinten auch noch Ich weiß auch noch, dass hier noch Schweinchen sind Die geh ich mir auch noch snacken Die sind noch ganz viele Vielleicht haben die anderen ja gar keine Kühe und so getötet Vielleicht wissen die nicht, wie wertvoll das ist Kühe zu töten in deinem Leben Oder Schweine Ich weiß halt nicht, wo die sind gerade Ich bin auch gerade wirklich von dir weit weg Ja, ja, ich regeneriere erstmal wieder Leben Ich bin aus der Saison ab und runtergefallen Alter, du bist der geilste Typ auf der ganzen Welt Ja, aber mir geht's gut Jetzt habe ich fast alle Kühe Ich höre immer noch alle Kühe, die hier sind Da sind noch zwei Schweinchen Wow, drei Fleisch Von einem Schwein Krasse Sache auf jeden Fall Kriegt von mir auf jeden Fall den Win der Woche Alter, du gehst halt ein bisschen ab, ne? Warum? Du merkst nur so Warum? Warum? Ich bin ja noch mehr Schweinchen, das ist eine Kuh, da will ich aber nicht hin Ich bin nämlich noch in meinem Radius bleiben Ich möchte mein Gebiet so ein bisschen eingehen Aber ich habe jetzt 31 31 rohes Rinderdingen Noch mehr Kühe auf jeden Fall Krasse Sache Okay, ich komme jetzt wieder zu dir, ja? Hat einer reingebaut? Ne, leider nicht Wäre auch zu schön gewesen Du hast mich sterben lassen, oder wie? Ne, ich dachte, da hat sich jemand hier eingebaut Okay Auf jeden Fall, ich zähle ein Level Und ich komme jetzt erstmal wieder hoch zu dir Wo bist du denn? Ich weiß nicht genau Ich komme jetzt wieder dahin, wo wir mal waren Ja, ja, wir gehen auch gerade wieder hin Zu dem großen Lauf Weißt du denn, wo ich war? Ich weiß, wo das große Loch war Ja, ja Weißt du, wo das große Loch war? So, ich sehe dich Hallo, hey, hey, Chin-Chan Okay, wir müssen da hin zurück Wir gehen jetzt erstmal zu unser Dingens Das oben ist noch eine Kuh Die hole ich auch nochmal eben Also zwei Fleisch liegen lassen Unmöglich Sorry Digga Digga Ich bin auf jeden Fall Hühnchen So Wir gehen jetzt wieder zurück, okay Äh, ja, Wasser müssen wir uns auch noch holen Aber wir haben erstmal genug Essen auf jeden Fall Ich habe 14 rohes, ähm, 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 Rind Und 17 Schwein Naja, ich habe, ich habe 30 Also essen Sind wir diesmal besser dabei Ist bei Letzchen Auf jeden Fall Es reicht erstmal Aber wer weiß, wie lange Wenn es so schnell weg geht Für das Essen Wo bist du hin? Ich habe noch zwei Schweinchen getötet Ich reine wieder Richtung zu unserem Zuhause, okay Also so grob Ich weiß nicht Ich bin nicht der beste Orientierungssinnler Ja, du müsstest jetzt eigentlich nach rechts schon gehen Über den Berg Ja, nach da, natürlich Aber da sind noch ein paar Schweine in der Ecke Lass uns die alle mitnehmen Alles an Tiere töten Je mehr wir haben, desto besser Machen wir erstmal Weil, ne Mienen können wir immer noch Mienen ist immer eine tolle Sache fürs Leben Ah, hier, komm Wir müssen erstmal nach Hause Für die 15 Minuten ablaufen Will ich daheim sein Ja, alles klar Wo bist du lang? Hier Ja, hier, nehmen wir hinter dir Rechts links geradeaus Nordwestbüstsort Okay Okay, mein Schatzi Ja Scharf Da ist noch ein Schweinchen Ja Wir müssen auch noch ein Schwein Ich gucke mir das auch mal eben kurz Ey, wir haben so viel Fleisch, Alter Ja, aber ich verliere auch schon wieder Das, was ich einnehme Verliere schon, wenn wir laufen Ja, ja Wir sind noch zwei Hüchen Du musst ja auch nicht roh essen So ein Spaß Ja, aber ich muss ja jetzt Hier ist doch mal die Fläche Okay, ich weiß Wo wir hin Wenn es nämlich jemand kommt gleich oder so Komm mit Da hinten ist unsere Miene gleich Ja, ich weiß schon wieder Hier irgendwo, ne? Da hinten Wir müssen noch weiter Da hinter dem Okay, dann wäre ich doch wieder falsch Wir haben jetzt keinen gesehen irgendwie Ne, tote Hose hier in der Hood Dann gehe ich mal ein bisschen auf Level 30 gleich Kurz vor Ende Und dann Vergiss Kannst du schon mal nach unten gehen wieder Und auch nicht vergessen Eisen und Gold Komm erstmal ganz kurz Geht nach Hause Die Miene wiederfinden War die nicht hier? Da war die Lava Ich habe Lava von unserem Dings auch Ne, ne Ich glaube Lava sind wir ganz falsch Wir müssen eher da so hin In die Richtung, oder? Sicher Ich glaube da bist du, bist du falsch, glaube ich Hmm Geh mir die Kuh da hinten mit Also ich glaube da bist du, bist du halt falsch Ja komm, wir gehen nochmal da nach wo du Lass nochmal zurückgehen Ja Es ist langsam dunkel Wir sollten uns echt beeilen Ja okay, komm Dann beeilen wir uns erstmal Ich würde da hinten lang sagen, glaube ich Eigentlich haben wir uns eben irgendwo neu ein Wir können die Koordinaten ja wieder gucken Wir müssen eben links finden Wenn wir den Wald finden Dann weiß ich wieder Wir müssen hier glaube ich jetzt eben links über Wir müssen jetzt hier links über die Berge Das ist noch eine Kuh Eine Kuh muss immer Zeit sein Links hopp 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 Da ist ein Baum zumindest schon mal Da ist nochmal Lava Wir müssen den Wald irgendwie finden Der muss doch hier irgendwo Ich gehe ja mal nach oben Schon mal Also hier ganz Hier ist glaube ich Ich bin jetzt ganz oben am Berg Da hinten ist der Wald Hier ist der Wald Bist du? Ja hinter der vor dir Ach da bist du schon Okay Von wo vom Wald Ich glaube wir waren da hinten auf dem Berg Sind wir zum Wald gegangen Scheiße du rüstest das? Naja Immer mit der Ruhe Papa Lass das mal Da ist die Weltbahn Da ist unsere Okay Dann sind wir hier sofort Richtig eigentlich Dann sind wir hier rechts lang Über diesen Hügel da Da habe ich Sachen abgebaut Ja Krass wie gut wir auch uns orientieren Ja mehr oder weniger Da habe ich immer Hühnchen abgetötet Und darauf geachtet Dass du dich kaputt gehst Dann sind wir hier runter Da Da leuchtet es auch Ah nice Okay Ich sag doch wir finden das Wie wieder Supi mupi Dann geh du nach unten Geh du ganz nach unten Erde Habe ich Erde? Habe ich Erde? Da ist Erde Hallo Irgendwann ist ein Zombie Ja ja Pass bitte auf Ich gehe jetzt nämlich runter Ich muss jetzt alleine oben Muss sterben Ganz alleine So Dann mach schon mal ein bisschen was Also hol auf jeden Fall die Sachen aus dem Ofen raus Ich gehe auf Höhe 30 Gerade mal Und schritte mal ein bisschen Eisen Ich habe aber keine Hacke dabei Ich werde erstmal Fleisch in den Ofen schmeißen Okay Kommen wir nach unten zu dir auf jeden Fall erstmal Ah wie scheiße es hier unterzulaufen ist Vielleicht schon mal einmal machen oder so Aus dem nächsten Dingens Und vielleicht schon mal Lava mitnehmen oder so Für ein Lava Bucket Das bist du okay So okay Da packe ich mal Dings rein Und da packe ich mal das rein Ja Wir dürfen nicht vergessen Uns aus Also ne Können wir strip mine Nicht auch für 30 erstmal Weil wenn wir uns richtig ausloggen Oder müssen wir die Sachen hier rausnehmen Auf jeden Fall Ich kann auf jeden Fall schon mal Nen Dings machen Eimer Ja Nimm du den Eimer Du hast die Aufgabe Du darfst den Eimer haben Danke Weil du so ein natter Typ bist Ich brauche mich jetzt hier so ein bisschen entlang Ich hoffe auf Eisen zu treffen Nicht so weit weg Wir müssen die Sachen mitnehmen Bevor wir uns ausloggen Wow Rennen wir nicht durch das Ding uns durch Ja ich könnte halt Lava holen Von da vorne Aber wir haben ja nicht so viel Holz jetzt Komischerweise Also ich habe genügend Ich habe Einen Stack Haben wir 24 fucking gemacht Das ist die 7 Ich hole mir jetzt mal einen Lava Eimer Ich hoffe ich mache damit keine scheiße Weil ich muss den immer im Inventar behalten Man weiß ja nie was passiert White Alter hier ist sofort So ein Lava Ding Ich brauche das Wettstorm immer nebenbei ab Aus dem Grund für die LP LP HD ja LP HD Ich bin ein Friesen Ich habe jetzt Lava Geile Sache So 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 Das Lazy brauchen wir nicht Das packe ich mal mit da rein Da packe ich mal das rein Und ich nehme das Auto raus Wir haben auf jeden Fall richtig viel gebraten Das Zeug Aber die werden gleich schon gekickt Das heißt wir wahrscheinlich auch Ja Vor das passiert Müssen wir uns Sachen rausholen Naja Ich bin in der Nähe Ganz richtig So Lava Eimer habe ich Auf meiner mittleren Maustaste Hast du was gegessen? So Ich habe was gegessen Ja Mach ja mal so einen Mülleimer für uns So hier kommt ein Mülleimer rein Sand brauchen wir glaube ich nicht Das brauche ich nicht Das ist nochmal hier Redstone brauchen wir Vielleicht können wir Redstone gebrauchen Sollen wir schon mal eine Truhe machen Oder so Weil ich habe jetzt schon echt viel Stuff Ja mach mal Wir müssen ja Vorher noch safen Okay können wir nicht mehr machen Alles rausnehmen Schnell alles rausnehmen Auch die Kohle Okay Alles rausnehmen Alles weg Gut Dann lass uns mal irgendwo draufstellen Okay hier darf uns ja keiner Spawn trappen eigentlich Okay Dann sehen wir uns morgen Zur nächsten Folge Wieder Die Aufnahme Das ist aufgebaut Endlich Okay Alles klar Hauen sie rein Bis dann Tschüss Tschüss D